Hallo Leute und herzlich Willkommen bei Kingdom Hearts Momos Adventure Time Dream Momos Adventure Time? Nice! Der Traum von Momos Adventure ist Und hier ist ein Tool und nochmal Gegner Yeah! Oh er hat mich ge... Er hat mich gecancelt Er meinte, dein Elektro-Strohr ist nichts wert Ja, aber jetzt habe ich die alle gedrippt Und jetzt sind die alle gestorben Ey, er wird jetzt ein Held seiner Gattung sein Ich glaube auch, ja Aber das gönne ich ihm, Digga Dafür solltest du eines von diesen Dingern machen Okay Was ist im letzten Part eigentlich passiert? Ja, guckt euch das letzte Part an Ihr kleinen, netten Jungen Leute Ihr seid keine Kekse, ihr seid... Wenn dann seid ihr gute Kekse Oha, ein Girafarig Drip Ich habe sie voll vergewaltigt Boah, Digga, der sieht auch nice aus, guck mal Was ist das überhaupt für ein Tier? Das ist gleich, nur sieht ein Ding aus Er hat ein anderes Gesicht Stirb Der andere hat ja so ein Horn nach oben Der hat so Zangen Hast du gerade gesehen? Der hat mich anvisiert Er meinte, du bist es wert angevisiert zu werden Schon nett, ne? Crank Wo musst du jetzt hin Wo musst du jetzt hin Wo Kek 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 Hey, wo Wo ich hin muss Wo du gehen musst Ja Du hast doch keinen Plan Du dummer Geh Selber Geh Hey, ich kann hier eine neue Sache reinpacken Wo ist RSI Canem? Wo ist RSI Canem? Ja, wo ist RSI Canem, hä? Wo ist Schwertfallserie? Unverkauft, glaube ich Mach mal Kollisionsmangel rein Ja, muss das auch probieren Und ich wollte noch Hier Mein Kiebe Zum Glück habe ich nicht Zum Glück habe ich Hey, du brauchst gar nicht so rum Du wolltest dieses Riesenrad haben Ich wusste ja nicht, dass es so Ja, klar Dass es so Kackabockchisch ist Kann ich ja nicht wissen Hey, also ich muss jetzt hier OOOOOO Ich muss jetzt Neku und Dings finden So Leute, es gab ein paar technische Probleme Wir mussten gerade ganz kurz karten Jetzt sind wir aber wieder back Genau Es könnte wieder vorkommen Also wundert euch nicht Ich kann meine Kommandos nicht einsetzen Jetzt kann ich sie jetzt nicht einsetzen Boah, da dritt durch Drip Bringt nichts Aber Elektrosturz, Regelteil Ich liebe es Ich liebe es Okay Ich glaube, damit hättest du ihn jetzt rüber geholt Aber Egal Ich kann das ja später noch ausprobieren Bruder, du hast jetzt 0,6 Wie ist das denn jetzt vier Dinger runtergegangen, Alter? Ich weiß es nicht Hör mal auf zu cheaten jetzt die ganze Zeit Muss ich hier rein? Ne Der sitzt einfach 0,6 Seine Güte Ich hab gar nichts gemacht, dass das passiert Ja ja, kriegst du mal nur Bonuspunkte hier Ah Guck, da hab ich sogar ne Truhe verpasst Ich hab's hier sowieso voll viele Truhen verpasst Das war ein Fake, ne? Hehehe Hehehe Toll Oh, der Koch Ey Fuck, gecheckt Why you doing this? Leben beendet, Jungs Why you bullying me? Why are you booing me? I am right No you're not Oh, der hat aber auch gut Leben, ne? Das Ding Geh Weg Die Giraffe hat aber was Flüchtige Laune So, ich will jetzt hier Wie hieß der nochmal? Neku und Shiki will ich jetzt suchen, komm Lasst sie uns finden Kann ich ein Zeitpunkt Was? Was? Miss mich? Sora? Ich nehme es von hier Nein Ich brauche deine Hilfe Natürlich Wo? 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 Ich brauche sie nicht mehr Oh, genau Dein Partner Na, Du willst nicht aus dem Spiel Wer wird sie helfen, wenn du verholt hast? Okay, du wirst Ich lasse dich das Schwierig machen Ich lasse dich das Schwierig machen Ja, 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 ja Das ist eigentlich voll geil Das dauert nur voll lange Ja, ne? In seine Gebermutse Von oben Take that Aber Zeit für den Kometen hier, Alter Sind zu viele Gegner hier, auf geht's Attack! Bad! Yeah! Alles was existiert. Die Existenz ausgelöscht. Glidehaken? You must be Neku's partner. Yeah, I'm Shiki. Nice to meet you. Neku told me all about you. Cool. But you should have seen him. He looked everywhere for you. Hey Sora, stop talking. What? Why? You said you need her. That's a good thing. That's sweet, Neku. I need you to stop annoying me. Mhm. Well, I still think it's sweet. It's nice to be needed. I'm sorry, is this a bad time? Because that dream eater we're after has retreated to the other imagining of this world. Other imagining? You mean, where Riku is? Yes. He and our other friends will do what they can, but we'll just run ourselves in circles at this rate. We need to trap that thing in one place, and then we can finish it. Trap it where? The third district. Okay. Joshua. Yes, Neku? Tell me. Are we really gonna make it home? But, Neku, I thought you couldn't afford to lose. Give up on yourself. And you give up on the world. Right. So I'll see you there? Huh? Uh... Me? Yeah. You're my friend. It's your home, too. Maybe it's you that's turning into Sora. Huh? Thanks. Very interesting. Interesting. Überliste den Albtraum in Traverse Ost. Let's go. Osten? Nicht Wosten. Meintest du nicht... Wosten? Du bist gefeuert, Patrick. Teilstorm! Auseinanderleben. Das kann ich am besten. Oh, Antigraf into Kollisionsmagnet. Alter. Idle Laune. Alles was idel ist, nehmen wir gerne mit. So, come on. Hast du dich gekillt? Cool. Superman Punch. Von da bin ich gekommen, ne? Hier war dieser Secret Weg. Wir müssen jetzt hier rein. Zum Post Office. Oh. Da, wo du gerne hingehst, ne? Genau. Ich warte immer noch auf meine DAL-Packung von eineinhalb Jahren. Safe! Okay. Eigentlich musst du nur geradeaus sitzen, ne? Ja. Ich hab hier bestimmt noch ein paar Thronen, aber ich hab jetzt keinen Bock mich in den... Da ist es doch sogar! Spring! Wo? Hier? Nein, hinter dir. Was willst du denn hier? Da. The number one. Und da sind sie. Drip! Drip in de Kollisionsmagnet! Oh! Psch! Ey, das Kämpfen macht... Es wird nicht langweilig! Ey, Junge Momo ist so geil, Mann! Ich hab dich lieb, Momo! Ich hab dich so lieb! Das habt ihr schon gemacht, oder? Was denn? Das hier vorne. Das kann ich's eh nicht machen. Autsch! Oh, fürchtige Laune! Sehr gerne! Yeah! Hey! Bleib hier! Und du hörst auf mit der Scheiße! Drip! Drip into ass, Alter! Mann! Entschuldigung! Okay, was war das für ne komische Combo? Traverse Ost! Wo war jetzt Traverse Ost? Eigentlich hier in den Türen müsste das sein. Das ist... Nord, ja. Also müsste das rechts rüber, oder? Da... Hier lang? Yeah! Auf geht's! Chillig! Na noch schematischer Ebbe! Ich habe es, Riku! If we do, he pull through for us! Wir müssen uns wiederholen, was wir damit geht. Wir machen uns hier. Wir machen das. Wir machen uns hier! Oh, er ist wieder da. Er ist wiedergeboren. King Kong. Ich dachte, ich werde für immer los. Da bin ich wieder. Und stärker denn je. Oh nein. Okay. Auf ein Stelldich-Ein, mein Lieber. Der hat was Neues für dich da. Was macht er da? Boy, you need to go down. Mach Ballonra. Oh. WTF. Oha, er hat mich auseinandergenommen. Digga, kann er fliegen oder was macht er da? Er hat seinen Schlag nur vorbereitet. Kann ich das auf ihn werfen, oder? Keine Ahnung, wo er ist. Oha, schau ich, sei mal in der Luft. Take that. Und jetzt mache ich den Move, den du kennst, du Penner. Na? Hast du diesen Move vermisst? Ich glaube schon. Take that. Wo bist du? Du könne Drecksack. Take that. Wo ist er denn? Ja, ist genau neben dir. Er hat schon seine Boxhandschuhe angezogen. Da sind seine Boxhandschuhe. Er ist bereit für dich, auf jeden Fall. Oh, Elektro-Sturz in seine Gebärmutter. Hä? Was passiert? Aha, da ist er. Ach, er hat ihn nur... Hä? Was passiert jetzt? Ah, jetzt. Oh mein Gott. Er holt alte Bosse zurück. Oh, oh. Das ist nicht toll. Äh, ich, äh, das bringt mir... Kollisions-Magnet bringt mir gar nichts hier. Oh, das bringt mir was. Alter Schwede. Hey, hey. Hey, hey, hey. Oh, oh. Oh, er boxt nicht voll. Get in. Take this. Ja. Bam. In sein... Hat er so einen Schaden gemacht? Ich erinnere mich nicht mehr, wie er hatte. Alter. Oh mein. Oh mein. Ist gut jetzt. Komm, geh nach Hause. Nein. Autsch. Autsch. Ich hab keine Ahnung, was passiert. Autsch. Hau ihn. Heil dich, Bruder. Heil dich. Digga, das Spiel lag. Hast du nicht noch einen Vitraal, Leute? Und da ist das Ding. Ey, die Krabbe. Die haben aber zugelegt nicht so viel Leben. Ja, das ist sogar diese Feuerkrabbe, die ich gefetzt habe. Reicht doch jetzt auch mal. Verpiss dich. Ich hoffe, ich muss echt alle Bosse miteinander jingeln, damit unsere beiden Wetten sich kombinieren. Oder so. Oh, oh, oh. Alter. Bruder, das macht so... Ich glaube, der Ice Shrimp ist aber größer als... Ja, der war größer. Ich weiß nicht, wie es größer ist. Ey. Meiner ist dafür umso nerviger. Ey, du bist so ein Keck, ne? Ja, gib ihm. Komm, komm, der ist gleich fertig. Der ist gleich weg. Jawoll. Komm, mit der Stirb. Was? Jetzt schmeiß ich ihn weg. Ab in die Tonne mit dir. Du bist gleich... Was ein Kill. Voll der Disrespect, Alter. Einfach in die Tonne geworfen. Nimm den Boss und schieb ihn woanders hin, ey. Not again! Hey, Josh. Where'd it go? Somewhere else. Out of Traverse Town. And out of my reach. We'll just have to let it go. Great. So we failed the mission? Hmm. I'll go after it. What? Come on. I'm not an actual player. Can't I bend the rules? Well, I guess the rules of the world don't apply if your hearts are connected. Right, Sora? That's how you roll. Right. Then it's settled. What's on my shoulder? Little by little. Letting you know what you're feeling. Sora. Hmm? Thanks. It wasn't easy. You made it easier. Yeah. Wow, Neku. You've changed. Huh? You think? Yeah. You're less dorky. What? Once you find your friend, Sora, you should come hang out in our town. Definitely. See you in Shibuya. Sure. It's a deal. Anything I should pass on to Riku? Nah. I'll see him soon. Und ich bin wieder am lochen, Alter. Yeah. K-O-Schlag. Ein schlussisch Schwert, das weniger kritische Treffer zufügt, aber einen hohen Angriffswert besitzt und das Auslösen von Realitätswandeln erleichtert. Interessant ist Keyblade. Keyblade. Muss ich jetzt auch schon einen Sturz machen, weil du jetzt noch Traverse fertig machen sollst? Oder kann ich jetzt echt schon in die nächste Welt? Nash Cup freigeschaltet. Ja. Dann werde ich jetzt mal meinen Sturz auch einleiten. Äh, was wolltest du haben? Oh, Neko-Katze, guck mal. Das ist eine seltene Neko-Katze. Fertig. Soll ich ja machen? Gimm mir dann! Bitte! Gönnen Sie sich den Sturzdämpfer. Geistbeleber? Halt Geister vollständig, wenn Ihre HP erstmalig auf Null sinken. Na, ein Lernspielzeug ist ein Geist. Zwei Sorten von Momroos. Ja, das sind ja diese Goodies, mit denen man irgendwie was macht. Aber wieso kriege ich keine coolen Angriffe? Äh, ich... Gute Nacht, Leute. Oh, 0,6. Danke. Bitte. Ich hab mich gerne gemacht. Oh, mir ist das Falsche gedrückt. Moin, Jungs. Ach, du wolltest doch nur mal deine kurzen Jungs begrüßen. Das ist doch normal. Nö. Das mache ich später. Ja, mach das mal gleich. Wir wollten das ja sparen. Ich gucke mir meinen Keyblade an, was ich neu gekriegt habe. Weil das ist ja geiler als... Tosen sehen. Nee, das ist ja richtig scheiße. Nö, 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 Leute. Sowas... So was will ich überhaupt nicht sehen. So, wo ist denn das? Genau, das vernehme ich mir nämlich auch. Okay. Könnt ihr? Tschüss, Gibello. Danke, dass du mich hier aufgenommen hast. Wo bist du hin? Ich würde zu kurz... Ich hab ihn gesehen, Bruder. Er ist ganz woanders hingegangen. Tamaschaff. Er hat gesagt, nur unter Tausend Taler kann ich verraten, woher ging. Oha, wo geht er denn hin? Das ist so Business halt, Alter. Tausend Taler, Junge. Mr. Gebeto, Junge. Die Stadt Traverse. When did Sora get here? Bravo, Riku. Why can't he be this quick on the street? Yeah, well, Sora's a good one. Now, let's get down to the problem. We've got a nasty Dream Eater on our hands. It keeps jumping between worlds. Not only that, it knows how to summon creatures like it. Pretty powerful ones too. The others are on a mission to stop it, but they need help. The others? You mean Shiki and her friends? That's right. They all found their game partners. And Shiki is over fighting in the other Traverse Town. In fact, Sora is helping them out. Good to hear. So what can I do? Actually, the Dream Eater just reappeared in the Fountain Plaza. I sent Bede and his partner to face it. I'm on it. Riku. There's something else you need to know. Hm? These two Traverse Towns separated by the Portal. I was under the impression they were parallel worlds. But it looks like I was wrong. Wrong how? That's where it gets tricky. After you and Sora left, Shiki crossed the Portal to join her game partner. Did you notice players have a mission timer inscribed on their hands? Well, when she got to the other side, Shiki had more time left on her clock than her partner. And when Bede's partner crossed over from the other side, she had less time left. So time flows differently here and there? So what? That's true of any two worlds. Their home world would be running on a different time axis too. Yes, I understand that. But if these Traverse Towns were parallel worlds, then time would flow the same in both. But it doesn't. Ergo, they are not parallel worlds. You mean there's a past and a future? No. Impossible. The worlds are clearly separate. It's not just time that sets them apart. As you yourself noted, every world flows at its own pace. Which tells me that for all their similarities, these are two distinct worlds. Distinct worlds? Yes. But this is all conjecture. It's like the same world imagined by two people. What does that tell you? That we're in... The dream. Yes. Bravo again, Riku. In which case none of this may matter one bit to me or my friends. But to you and Sora, I think it might be a vital clue. Right. Thanks. So you need me in the plaza? Wow. I'm running out of Bravos. Be right back. Wow. Oh, I'm running out of Bravos, dude. You're running out of Bravos. Yes. Oh, I'm running out of Bravos. Oh my god. It's true. Let's go. I'm running out of Bravos. I'm running out of Bravos. Sorry. Take that. Du hast immer noch zweimal Ballonrasch gemacht. Ich gönn mir. Gönn dir. Weißt du jetzt genau noch mal wo der Brunnenplatz ist? Das war irgendwie voll länger als sonst. Die Dreckskröten. Ach stimmt, Zeitsturm macht dir die Gegner auch langsamer. Und stoppt sie auch wenn du Glück hast. Wundersame Einbildung. Die haben wir schon voll oft. Ja ja. Noch mehr Gegner zum Fetzen. Ja. Tag Tag. Oh, Geo-Rofix. Alter wie er am Boden liegt und du haust so voll drauf. Natürlich. Entweder du gehörst mir oder niemandem Alter. Dann. Freck. Skipper Level 17. Da hast du drüber. Bist du drin? Fake? Nein. Eine Portion. Ich habe keine Ahnung wo du hin musst. Hast du eine Ahnung wo du hin musst? Also Brunnenplatz. Ey das erinnert mich voll an Jack 3. Oh, schade. Das müssten wir auch noch spielen. Tja Leute, Jack 3 werde ich wahrscheinlich alleine machen müssen. Obviously. So wie die meisten zukünftigen Spiele. Obviously. Jetzt rechts irgendwo, ne? Genau da oben. Eich. Gejickt. Andere Richtung. Siehste? Ich habe den Durchblick. Was ich nicht immer habe, aber ich habe den Durchblick. Was machst du? Was machst du? Ich wollte uns sehen, was er süß. Ach. Zum Glück bin ich hergekommen. Ja, ja. Big Pre. Start. Alter. Der hat völlig Leben abgezogen. Was war denn das für ein Attack? Fragen sie das nicht. Oh. Oh Alter. Sorry. Uhhh. Nein! Du darfst dich nicht... Ist ja der letzte... Oh nein 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 nein! Oha war das knapp. Was? Es geht weiter. Noch. Saftig. Ich mach das immer gerne so ein bisschen. Close Call. Keiner von uns ist verreckt bisher. Erstmal ein Anschlag darauf. Giel! Ja, du hast es schon verkackt. Nein, ich hab Giel gesagt. Speicherpunkt habe ich gesehen. Hm, ich auch. Stimmt, du hast Eisspalte. Hast du das mal benutzt? Ja. So oft. Ich dachte, das wäre alles von Skipper, deswegen. Never ever in my lifetime. Yeah. Der war schon tot und du hast schon geschrien. Okay, Leute. Ich würde auch sagen, bis bald. Bleib clean. Komm, jetzt beende den Partner bitte ordentlich. Was war das für ein Verlegende? Das muss auch mal so sein. Wir können nicht immer heftig sein. Einmal ein knackiges, schnelles Ende. Tschüss Leute, tschüss. Bleib clean. Wir wollen euch dieses Mal. Reine. Get could B. The Night to algumas advantages. Sehr gut. Deine ist alles. Sehr gut. Du bist vielen Dank. Da war mir für dich. Vielen Dank.